ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge medieval dynasty ich kann nicht laufen weil ich bin zu schwer noch brennenholz hier hergestellt es ist zwar bei den fürstern wohl dabei aber ich habe da noch nicht gesehen dass die etwas hergestellt haben naja nichtsdestotrotz wir haben jetzt erst mal ein paar wieder hergestellt eisen brauchen wir auch wieder sehe ich gerade ja klar weil die machen das ja auch mit eisen ach ja so von daher okay federn haben wir auch wieder ein paar habt ihr gerade umgelagert die würde ich aber lassen für die bolzen eigentlich die federn nichtsdestotrotz ich weiß gerade wieder nicht was ich machen wollte wir haben hier die möhren angepflanzt wollten wir dann machen ich ich habe alzheimer man soll ja dahin zurück gehen wo man herkommt also wo man ja wo man den einfall hatte sein messer mal spüren hat mich ich nicht so gehen wir zum feld zurück so ich habe ja nur geguckt ob die hier die beutel gemacht haben haben sie natürlich nicht gemacht das heißt wir müssen mal reinschauen ob er die eine könnte man als arbeiterin nehmen aber die ist mir schon zu weit mit der entwicklung wir können wir rüberschauen ob er trübenlichen damen haben näherei werne so hier können wir schauen und zwar sollen die das machen denken in der fall auch mehr machen noch mal hier 40 das ist passiert das ist richtig ein ressourcen okay zwei leder dings haben das heißt wir haben hier 70 nur in die anderen dann wett schuhe braucht man nicht wettbare schuhe wenn ich bin dann lieber die taschen dann machen okay keine ressourcen das heißt hier oben hat sie ressourcen da gehen wir mal hier auf 40 40 okay ausgelastet so ja dann können wir gucken müsste eigentlich dann funktionieren sonst haben wir nicht nur falls die taschen wie steuern hätten wir 2400 ok da drüben bekomme ich ja für fackeln nur acht haben wir gemerkt wir gehen mal über die straße wieder hin okay ähm im haus müssen wir noch bauen wir warten natürlich auf die mine habe ich in erinnerung ich weiß auch nicht wie unsere solche wenn ich jetzt gute sachen nähe dass das unsere mitbewohner kaufen würden das wäre doch gut oder es sind ja letztendlich keine angestellten die helfen natürlich schon was aber hm wie sieht es aus wie geil ist das guck mal die ist eigentlich ganz gut ne ähm ach du ist 15 auch mensch will sie wieder nicht war es schon wieder ne doch hier haben wir doch noch die andere ne das sind ja nur die die hier sitzen die inga die inga die inga hieß sie nicht ja die mag mich überhaupt nicht ich wirst doch da kommt 25 also ich muss kann bewegen so ähm auch menschen lasse mich doch da ist er ja ich komme direkt zu dir wobei ich dachte wir hätten mal mehr hier ja okay ich dachte wir hätten mal mehr hier 5 prozent weiß ich die welt das ist ja auch nicht mehr naja dann haben wir jetzt alles ausprobiert hier drüben ja sonst war ja niemand ist das die hier ist auch nur eine da ist das die dann Zeit dann Zeit ach ja können wir hier drüben noch was reden ich weiß es gar nicht mehr ich weiß nicht warum die ganze Zeit mit der Tasche rumläuft wenn wir dann ein Dings rumziehen wollen die Saale das ist schon ordentlich ne naja aber das Holz holen ja andere ran und daher sollte es machbar sein also solange wir keine Tore haben finde ich das blödsinn muss mal wieder ein paar Suppen einstecken das heißt wir müssen in der Taverne vorbei ne ich bin heute schon hier ich weiß es nicht ne sehr schön ist die Frage ist das die die ich hatte ne ne ich hatte ja die Yama ne was hatte ich gesagt die Emma Emma das ist ja die wo ich dran war ne genau also dran war ist jetzt übertrieben okay okay da will sie nichts mehr von hören auf Wiedersehen das heißt wir können die eigentlich nehmen also nehmen Fragen zumindest die können wir nicht also sie ist verheiraten deswegen okay ist die Frage ob wir sie nehmen oder nicht aber was denn hiermit oder haben wir auch schon hoch okay machen wir die dann ah okay 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 das ist gut okay das nicht dann nehmen wir die für links okay okay das heißt sie ist jetzt dabei ähm ja wollen wir sie hier einsetzen Feldarbeit oder Farmer Feldarbeit ne okay das heißt wir müssen jetzt hier mal gucken ob die was tut dann das ist ja der Weg den lassen wir das heißt das jetzt haben wir äh weizen genau hier haben wir hier haben wir hier ist weizen noch oder haben wir hier drauf flax nicht könnten wir hier drauf machen oder flax ja genau wir machen hier flax drauf sehr schön und hier machen wir hier machen dann auch Möhren drauf ja Okay, jetzt haben wir eine Feldarbeiterin. Das heißt, die Frau machen wir zur Chefin dann da, würde ich sagen. Und das ist unsere... Wie heißt sie denn? Ich vergesse eh wieder. So, Zimira. So, Zimira. So zum Cruiser. So, okay. Ich kann doch irgendwas jetzt machen, ne? Eigentlich nicht. Das heißt, wir können eigentlich den... Das ist ja Lebensmittel links, der Ladenbesitzer hier. Wie viel hat der denn bei... Hier drei. Handwerker. Ne, das ist zu schade dafür, ne? Der hat fünf. Der macht das eigentlich ganz gut, ne? Holzfüller, Jäger. Der Sammler. Vielleicht nehmen wir den auch mit rein. Mit in die Farm. Da fällt Arbeit. Okay. Muss man was essen? Bei der Sammler... Ah, der holt die Federn und alles, ne? Ich weiß es gerade nicht, ob es gut war oder nicht. Können wir gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist es auch gut. Wir sind auch mehr als voll, ne? Ist gar nichts sonst. Ganz kurz. Okay, dann geht's weiter. Kohlen haben wir gut. Ne? Fülze, ich meine. Bist du hier unten rein? Ach, hier oben ist bestimmt auch noch jede Menge Fleisch. Wie ich es kenne. Da guckt. Füllen haben. Okay. Gut. Okay. Gut. 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 Okay. So, ich weiß nicht, ich mach die Suppen. Scheiße. Soll ich noch ein bisschen was essen? Oh, das ist nicht okay. Sehr schön. Ist gar keiner, könnte Feierabend machen. Das heißt, der Wintertag ist vorbei. Ich weiß, wir zahlen auf Steuern jetzt gleich. Das ist da. Guck mal hier. Das Brennholz da, 83. Wir haben noch 22 Stücke, ich weiß es nicht warum. Wir machen noch ein bisschen Brennholz, wenn das ausgeht. Das wäre... Drei Häuser aber noch, muss man noch bauen. Ich weiß auch nicht, ob wir... Mal gleich schauen, ob wir dem Lockschub was ist sozusagen. Also in den... Jetzt immer... 129. Giegt nicht so aus, aber ich glaube nur, wenn wir reinpacken, sieht man es. Jetzt nix, okay. Und wie es mit Steinen aussieht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall zur Schmiede... ... 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 Steine müssen auch für ein Haus reichen. Salz. Ach ja, so. Salz hier rein. So, ich sage, wir gehen schlafen. Guten Morgen. Freie Anzeige. Und nicht wenig. Nächst alles. Ist die Frage, wir müssen mal die Dünger, glaube ich, holen. Ich weiß, wir müssen jetzt einiges machen. Lass uns mal die Fackeln bauen. Leder. 80. Stöcke hat man noch nicht gemacht. Ich glaube, ich hatte hier noch Stöcke reingepackt. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt hier oben lage. Also, dafür... Ist nicht voll, ja. Mehr als voll. Ähm. Kann man irgendwie Fackeln machen? Ja. Okay. 26. Schon mal ein bisschen was, ne? Ach ja. Ach ja. Wie gesagt, ich schneide nichts raus. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ihr sollt ja sehen, wie lange es dauert und was es bringt. Und irgendwann haben wir vielleicht genug Leute, die es bauen. Ich glaube sogar, dass wir den hier komplett umstellen können. auf Fackeln nur. Denn der hat ja die Werkzeuge alle einmal gemacht. Die kosten ja auch Geld. Das heißt, es ist ja nicht schlimm, wenn er die baut. Neuernzeit! Oh, wir haben Sachen. Oh... Dümmen... Töp 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 Nehmen wir uns das auch mal hämmern, fleißig ne? Neues Level Crafting ist auch noch der große Vorteil daraus Das haben wir Unser geht auch bald kaputt Wir haben jetzt hier Die Federn können wir auf jeden Fall wieder reinpacken Töp töp rein Ich wollte mal ganz kurz schauen was er baut Na ja alles einmal Das ist gut Eisenhammer Zack zack Kleinaxt Ach hier boah Fackeln Hat er so gebaut Sandholz Federn Und Holz Weiß haben wir noch zwölf Ok Oh hier guck mal Sparieren Sparieren Da sind nur ein paar Stöcke ab Hier ist zu wenig Ein Stock Ein Stock noch Was hin Ne grad nicht Wer will Dünger haben Oder Dünger mal holen Oder Dünger mal holen Hmm Ähm Wollte ich jetzt Eisenstock Das ist schon mal gut Die können wir das hier noch reparieren Okay Okay Hmm Hmm Die haben wir Wackeln Die haben wir dabei Das war schon zu schwer ne Überladen Gucken Ob wir Dünger kaufen können Das muss erstmal vorgehen Glaube ich Dass der hier das Feld bearbeiten kann Das werde ich bestimmt bald raus fixen hier Dass man mit Falltaste und W schneller läuft Weil schneller ist jetzt auch übertrieben ne Wo das geprahlt Der hat auch noch irgendeine Aufgabe für uns Der ist da Bei seinen Viechern Die haben wir dann Na klar Wie geht es denn Wie geht es denn mir es gegeben aber fackeln wahrscheinlich haben wir haben haben wir ja genügend von so salz habe ich dabei war schon schwer genug okay wir können es auch mal hier ein bisschen günstiger werden ich bin natürlich völlig überfüllt wenn wir hier raus schmeißen kurz fix hier mal stein verlaufen oder so kein gestein weiß bis heute nicht für was der ist ach ja wenn wir mal eben denn das haben wir jetzt die karte ja 27 minuten auf dem weg verabschiede ich mich von euch ich hoffe er hat euch gefallen lassen daumen da und wir sehen uns morgen um 18 uhr hier auf diesem weg bis dahin